Wohin geht's denn? Spanien! Und bist du gut vorbereitet? Ja. Freust du dich? Ja. Endlich mal wieder Brot fahren, hier endlich mal Auto fahren. Erstmal 3.000 Kilometer Auto fahren, um dann Brot zu fahren, aber erstmal nicht alles machen. Du und deine Chica. Ja. 3.000 Kilometer One-Way für eine Stunde Boot fahren. . . . So, guten Tag, Hi, Letzter Vorretter, Jo. Wie rum machen wir denn jetzt die Fahne, Stefan? Noch 2222 Kilometer, nur noch. Nur noch, ja. Also die Musik wird auch nicht besser. Die Scheiße kann man sagen, ob ich in einem oder anderen Kanal oder da sind. Das gibt nichts. Ist das okay? Noch 1700 Kilometer. Französische Küche. Wir sind in Spanien. Spanien. Hola, chica. Hola, chica. Sarvesa. Dos sarvesa. Hola, chica, dos sarvesa. Also Spanisch. Beginner. Achte. Noch nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. 900 Kilometer noch. Barcelona geschlafen, zwei Drittel. Die Weg ist erledigt. Und jetzt geht's. Endspurt zum Steak. Mit 30 Stunden für den Haar. Genau. Blutzen! Jetzt die Frage, wann wir uns auf der Rückfahrt unterhalten haben? Ach ja! Ja, da wo du stehst. Da wo du stehst. Da wo du sind. Ich bin jetzt Hügel. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Bist du sehr. Hier ist es so schön. Hier ist es schon sauer. Wie ist eigentlich ein Kino? Wie ist es hier? Wie ist es hier? Ja, ich... Jetzt ist Team Chica ja komplett, jetzt geht das los. Du musst dich auch noch dazu stellen, Schatz. Wie machen wir das jetzt? Genau, perfekt. Morning! Shit wecker! Oh my god! 1, 2, 3, D, 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 D. Das war's. 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 Das war's.